sind wir wieder da haben wir schon eine Aufnahme, die er gemacht hat, irgendwie dann hat er gedacht, ne, ich, ne, ne, da fliege ich jetzt mal raus hat sich das Internet gedacht, ich fliege raus Oh, ne, lo, verpiss dich Loge 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 Oh, jetzt können wir sogar ausruhen, jetzt können wir sogar ausruhen, wenn wir ein Pokalspiel EA Cup Ne, das waren wir doch im Finale, ne Weiß ich doch nicht Ich möchte ihn mit den losgehen I'm a great playmaker Ist doch gut, wenn er jetzt im Mittelfeld spielt, wenn er 80 hat, dann fliegt er sowieso wieder raus und ich kann mit ihm weiterspielen Ist doch so gut I'm a great playmaker, also wer das bitte liest Da wird man ja sehen, dass er nicht so gespielt Dann werde ich ihn in den Link schicken und dann wird er sehen Was? I'm a great playmaker Ja, und dann sagen wir zu ihm, er soll sich mal das wie genau angucken, wie er gespielt hat und dann... Und dann, zu viel zum Thema The great playmaker is coming here, no, 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 no Low heißt der In jedem, in jedem Satz Anfang schlägst du Mörebröt Oh, als Mörebröt Das sieht immer noch schlecht aus wegen dem Pokalgegner im Finale Wer macht Liga-Spiel jetzt einfach Mach jetzt einfach Liga-Spiel Mach jetzt einfach Liga-Spiel Ja, mit Schwerbröt Aber uns fehlen, glaube ich, noch, wie viele Punkte bis zum Nicht-Abstieg, also wir haben zwei Spiele in der neuen Saison gemacht Zwei Spiele haben wir in der neuen Saison gemacht Zwei Siege Wir sind schon in der 7. Liga Echt? Jo, stimmt Siebte Liga aufgestiegen Hut ab Zwei Siege hintereinander Passt Ja Und wenn wir jetzt noch zwei Punkte brauchen bis zum Nicht-Abstieg Dann, äh, ja Dann lassen wir euch dabei teilhaben Dann Jetzt mal das, äh, abbrechen Na, ich Der soll mir schon sagen, dass hier nichts geht Er soll sagen Jo, kein Spiel gefunden Ähm Dann sag ich gerne Jo, ich nehm das Liga-Spiel Ja, in der Zeit, ähm Tränke ich mir mal was Ja, dann Was haben wir denn heute hier? Ach, ich nehm mal Wasser Auf die dicke Plaute Ich kann natürlich auch Whisky nehmen Nein, Spaß So Hallo Moinsinn Und, gut getrunken Boah, ist Ich seh jetzt alles doppelt Oh, Arschwort Der Whisky hat direkt schon eingeschlagen Äh Äh Öh Oh, ja Oh, man Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, Mann Essen. Ich schreibe dir jetzt ganz... Torwart entsprechend. Du triffst auch nur Vereine, die einen Torwart-Slot-Eintrag entsprechen. Ihr liest das jetzt hier alles? Das ist nicht so gemeint. Jetzt. Weil bei dir wahrscheinlich nur Sternchen kommen. Das ist nicht so, was ich gemeint habe. Da sieht er ja alles. Oder ihr seht das auch, die mir zugucken, die mich mögen. Die es lieben. Deine Lavas. Oh, nein. Ich habe gerade mein Freischuss-Versuch, bin ich abgerutscht. Ja, du bist... Iiiiih. Wollte den Freischuss-Versuch verwandeln, aber irgendwie hat das nicht mehr den Film. Oh, Smörerbröd ist dabei. Smörerbröd, Smörerbröd. Nee, der sagt jetzt, ich muss raus. Oh, der hat meine Schuhe an. Der ist dabei nicht, ja. Nee, der liegt sich jetzt nicht mehr an. Och, guck dir das an. Und jetzt? Das ist ein Great Playmaker. Hast du das gesehen? Der Great Playmaker, das war schon... Ach, Smörerbröd. Da möchte ich jetzt aber was sehen. Mir Smörerbröd! Smörerbröd! Och, Opfer. Ja. Das ist ein Opfer. Und bringt er den nicht rein, den Ball. Weißt du, was ein Möter ist? Oh. Weißt du, was das ist? Weißt du, was ein Möter ist? Möter. Möter. Kennst du nicht? Deine Mutter. Hä? Boah. Weißt du, was ein Möter jetzt wirklich nicht ist? Ja, was es wirklich nicht ist, ne? Also, ich weiß ja, was es ist, meine ich. Was es wirklich nicht ist. Boah, ey, da rollt die Kugel wieder in den Strafraum. Oh, der ist... Au! Hab ich, hab ich. Immer einen auf Ego, ey. Das ist ungehob. Nein! Ne. Mach das, was ich sag. Ganz stark. Ne, den brauchen wir unbedingt. Ja, ja. Er ist a great Playmaker. Ja, Hauptsache, ja, ich hab den Satz, jetzt gedoppelt. Er ist ein Ratsch. Das ist keine Gefahr. im das gute macht eine Sache gut er hat er wieder zurück im Tor nun vorwegen der Torpüter gut der war gut oder nicht mehr im Tor spieler gut aber er hat leider einen neuen Verein gefunden Prozent aber wir erlangen sich an der Prozentvereinsbesitzer nicht die Pupster 94 hoch außer stark und jetzt noch mal in die Mitte boah ist zu klein was macht der denn da der zentraler Mittelfeldspieler und kein Stürmer er macht aber den Stürmer ja zumindest versucht es er ist überall der ist gleich der erste der mit dem Muskelfassersfunkplatz getragen wird am Ball Jakob oh schade der Flanke findet die Handkoppel aber auch muss ich abgeben jetzt kommt der Konter nur aber kann man wollen wir laufen schon Blatt Schakel auch so lau du hast ein kleines Klo Gipfel ohne Lowe haben wir keine Chance und auch nicht auch mit Lowe haben wir keine Chance für die Flanke meine Papaya der pupst sich ein wenn er aussieht 1 Monat ist viel zu schnell damit komme ich noch nicht klar der Springtempo von 60 ist ganz schön schnell dann der Ort von sich Pizzerro ja jetzt schießt gleich selber drauf zu den eh Boah Junge jetzt fehlt er in Zentralmittelfelde schön, jetzt hat er schön Konto eingeleitet Nix, Schwalbe Schwalbe, der ist abgehoben ja du ja du du hast überhaupt schon mal halb Meter gehalten jawohl jawohl haha ja ich war stark nachdem ich im Pokal-Halbfinale einige Welle schon halten durfte ein mach wie doch oh, nicht, nicht so ein Nachteil ne was auch gleich fliegt da raus wo ist denn da? ist das denn? Boah, stark geil, ne Tor, der sitzt ach 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 ne ich seh schon, dann gleich gibt's das 1-0 bei der Low wieder so schönen Spiel, oder? meine Millionen mal sehr geil ja sensationell einfach spitze Bats oh oh ach erst mal ja ja noch meine Playmaker vom MVP mein wo kommt denn der Pass? ja wer der weiß doch gar nicht der ist doch überfordert mit den Tasten was ist X? was ist X? oh, Spiel das auch schön ah und da setzt er sich noch nicht mal durch der Nob, der ist frechflächig und wir lobe halten nach diesem Spiel ja, nein, vielleicht ähm ich glaub 50% eher sagen niemals und der andere 50% warum habt ihr den genommen? ach, ich weiß nicht, jemand in unserem Club irgendwie ja irgendwie kann das in dieser Verein niemand nimmt ihn an und dann ist er irgendwie immer da auch nicht für Freunde obwohl ich das mal hatte aber ist er nicht mein Freund ist er nicht dein Freund mein Gott meine Jede jetzt hab ich keinen Bock mehr war nix, schreibe oh, da läuft er erstmal weg ja, musste weggehen schön ja, das haben die stark geklärt die Verteidigung jetzt kommt do do, 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 do oh, jetzt low pass auf, jetzt mach mal jetzt mach mal oh, schöner Pass Edel 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 der heißt so, der hat sich so genannt. Ja, der ist Mörebrodt. Great Playmaker. Ja, du mich auch. Der ist Mörebrodt-Loh. Ah, nochmal. Als jemand wissen will, warum er S.Von Namen hat. Mörebrodt, S.Loh. Simon. Ach, da nimmt er ihn sehr geil an. Ja, da bin ich doch. Sieht ihn dann nach innen und dann versucht er irgendwie was. Aber S.Mörebrodt. Boah. Und jetzt einfach mal aus dem Sand. Doch, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich stehe auch noch da. Wie, du schiebst da? S.Mörebrodt, ey. Oh, und jetzt... Ah, fliegt er erst bei der Left. Oh, der K.Gamer spielt gerade... I think so, man. Oh, boom. Spiel gerade Grand Theft Auto 4 Complete Edition. FIFA 13 Lob spielt FIFA 13. Mirio spielt FIFA 13. Charlie Boy spielt FIFA 13 Demo. Also für den hat's noch nicht gereicht. Bei dem ist noch nicht angekommen, dass das Spiel schon längst draußen ist. Spiel nur die Demo. Cool. Er hat bestimmt bei... Äh... Bei United States Facebook hat er gepostet, äh... Nämlich FIFA 13 Demo. Ja, lass den doch. Der wohnt auf den Bahamas. Ja. Der dauert ein bisschen länger. Haben sie Bambusrohre als Leitung. Bambusleitung, yeah. Hat Low doch auch, obwohl er in Norwegen wohnt. Oh, der hat schon geblieben. Zumindest, denke ich das. Weil ein Norwegen ja... Als... Ei. aus dem Norwegia. Hm, Norwegia. Kennst nicht? Ist der Bruder von Wikipedia. Norwegia, ne? Hm, hm. Haha, Norwegia. Ach, ey. Weil du wieder zum Stamm gespielt. Fallout. Nein, Sony. Wie Sony. Vegas. Achso, ja. Äh, ja, ein Spiel. Warum mach ich denn den Zentraldefensiven? Weil du blöd bist. Jetzt mich da, jetzt mich da, jetzt mich da, jetzt mich da, jetzt mich da. Jetzt mich da, der Jung. Ah. Eke Dork, was? Eke Dork, was? Ich bin schon immer ausges�en in der Bahn. Kommen Sie mir überbrüllt. Undchartet. Hab ich mir andere drei Teile geholt. Ja, die werden aber niemand angucken. Zwar gerade gesagt, aber das werdet ihr nicht hören, weil die Aufnahmen... ...durch ihn kaputt gemacht. Weil er nämlich meine Audio-Datei gecrasht hat. Ich kann ja nicht mehr drehen. Ich konnte ihn nicht mehr drehen! Ihhh! Das ist gefährlich! Ja! Gut, dass er dort auf der Linie steht und nichts macht. Und Smurrebrood Low wieder auf der Linie. Hach! Hach! Erschreckt! Ich muss nicht unbedingt jetzt. Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt zu ihm. Hört den Torwart noch mal ein bisschen von uns irritiert. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Das ist jetzt eine offene Aussage. Schreibt ihr alles in die Kommentare, wie scheiße er ist. Er findet selber, dass er scheiße ist. Er sagt es noch nicht. Was? Er findet nicht, dass er scheiße ist. Nein, der fernsack ist nicht. Jetzt, 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 jetzt! Mann, spiel doch ab, ey! Hab ich doch gedrückt! Ich hatte ihn noch gar nicht an Fuß, du Vogel! Ich hatte ihn noch an Fuß. Hatte ich gar nicht. Perfekt gemacht. Gutes Auge verbunden. Ne. Lass mich. Ne, jetzt bin ich beleidigt, ne? Jetzt bin ich beleidigt. Ich hab beinahe noch den Gegner angespielt. Los, Smurrebrood. Oh, ne! Ach, warum läuft der denn nicht? Oh, schön. Aber ich bin jetzt kriegt. So war der geplant. So war der genauso. Toll, ey. Wenn der Eimer steht, ne? Wenn der Eimer steht, ne? Wenn der Eimer steht. Wenn der Eimer steht. Oh! Smurrebrood! Smurrebrood! Oh, der holt wieder einen Spieler ran. Ich mach den fertig, den Typ. Bring die Glatze da rein, hier vorne. Da, hier viel drin. Da, hier ist keiner. Doch, da stand einer, aber den... Da war der Smurrebrood schuld. Der ganz lieb gehabt. Gute Idee. Ja, mich kannst du nicht tuneln. Mich nicht. Was ist Smurrebrood? Nein, ey. Boah, 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 ausgetänzelt, ey. Ausgetänzelt, ey. Jetzt kommt die Flanke. Für dich! Na, ach, nee, bist du ja gar nicht. Das ist Smurrebrood. Ich hätte ja wahrscheinlich... Ich hab da nicht reingekommen. Das sind nicht immer der, der blaue. Ja, ne. Äh, iiii. Um, bist du nicht immer blau? Oh, 2-0. Schön gehalten. Gut, dass der Tor zu schnell ohne ist. Ah, also es gibt die erste Niederlage und das auch noch mit Smurrebrood. Das heißt, diese Niederlage... Das. Ist vorbei. Jetzt kann die Flanke kommen. Die Flanke kommt gut. Jawoll. Gib Gas, der Keeper. Jawoll. Oh, das geht schnell. Wunderbar gespielt. Smurrebrood. Ach, du Kacke. Spiel direkt weiter, Junge. Ach, warum läuft der denn weg? Der hat Angst. Komm, Smurrebrood. Alter, wir haben mitlaufen. Wo krieg ich ihn jetzt. Wo bist du? Jawoll, hab ich. Kriegst du jetzt. Jawoll. Nein. Haben wir doch. Smurrebrood. Meiii. Das kann doch nicht. Anstatt der Schien ist, der... Ah, ja, 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 hab ich. Boah, schweinert doch. Riskant, aber noch gut gegangen. Komm, setz dich doch durch da. Oh, okay. Mein Gott. Hallo, hier bin ich. Hallo. Es muss ein Wurf geben. S-J-P. Hallo. J-Posch. Er ist nicht mehr da. Doch bin ich wohl. Arsch mich nicht. Und Achtung, der könnte passen. Zumindest hab ich nicht gehört. Jetzt mach doch was. Genau. Nicht denn. Warte, 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 warte. Okay, ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte. Das Kopfball ungeheuer steckt wieder zu. Da kommt die Flanke. Für dich. Nein. Hab ich. Mann, ey, was ist denn da los? Wir können doch gar nichts mit dem Ball machen, ey. Wie in diesem Fall. Ich bin nur noch wir. Ach, ich bin noch hinten rum. Oh. Ich dachte. Und dann spielt meiner Sohn Lulli Pass, ey. Oh, den kriegt er sogar noch, ey. Jakob am Ball. Jakob. Der eigene Mann. Der eigene Mann hat reingeköpft. Mann, ey. Mit Smörrebröt. Ich glaub, die sogenannte Smörrebröt haben wir unter den Füßen, ey. Der steht vor ihm und der darf köpfen, oder wie? Wir spielen ohne defensiven oder ohne zentralen linken Mittelfeld. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Lulli geht gar nicht drauf. Ist doch scheiße. Der hat bestimmt keine Energie mehr. Was sollte ich denn hier machen? Ich weiß doch gar nicht, wie der Ball aussieht. Tor, ja, schade. Oh, ne, low. Hätten wir eine Chance. Komm, jetzt der Anschluss. Über außen. Dann bin ich hier, dann bin ich hier, dann bin ich da, dann bin ich hier überall. Forget it. Jetzt noch gefehlt, dass der getroffen hätte. Das ist nur gefehlt. Ich mach oben zum. Ich kürze den Ball jetzt so durch die Mitte, dass wir wieder in den Ball kommen. Zumindest Ergarnalo, den mal eine Nähe hatte. Nein, der hat sich gerade gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ist saugeil. Siehste, guck mal, die haben alle meine Schuhe an, das ist kein Wunder. Ne, ich hab die, ich bin ausreißend, ich hab die, oh, schön. Jawohl, Antritt. Das ist zwei. Sitze, abgeschossene Spiele. Abgeschossene Spiele. Und an der Armor-Shirt hab ich gekriegt. Hab ich gerade aufgenommen. Ballons, ein Regenspiel hab ich gekriegt. Nicht, ey. Langärmlinge Shirt hab ich gekriegt. Ach, die Leute haben das ja gar nicht mitgekriegt. Wir sind ja zwischendurch. Haben wir mal nicht aufgenommen, haben wir mal gedacht, komm, bringen wir mal das Team voran. Und haben uns von Liga, und haben angefangen Liga 9, das habt ihr glaube ich noch mitgekriegt, dass wir da aufgestiegen sind. Und auch Meister geworden sind, und dann, äh, ja, sind wir dann... Ach, Tore von außerhalb bis 16, das hab ich immer noch zwei von drei. Und dann sind wir mal einfach, äh... Obwohl ich mal drei von drei da hatte, irgendwie. Und dann sind wir da einfach mal, äh, ja, hochgejoint. Und da haben wir uns mal Gas gegeben, haben uns gedacht, komm, wir sind jetzt hier. Und Pokalsieger, und ja, was weiß ich, sind wir da. Liga 7, Saison 4. Zwei Punkte finden uns trotzdem nicht abschließend, also drückt uns die Daumen. Ich steig sowieso nicht ab, du steigst, Sven, ab. Ich geh, ähm, wechseln sofort in den Verein. Schwarz, ist ja mein Verein. Mein Verein, Ostern-Dortmund. Wo ist der Loh? Wo bist du? So. So, das ist es jetzt wieder, mit diesem Putt. Umgleich. Putt. Ganz schön, war der. Also ihr könnt entscheiden, soll Loh weiter bei uns bleiben. Dann ruft uns an unter der Nummer 01805 30 30. Das ist nicht 30. Komm runter. Ruf mich an. Nein. Ruf mich an. Na guck, Loh schreibt uns gerade schon mal die Nummer unten rein. 01805 41212. Ja, also, bis demnächst. Bis demnächst. Hau da rein. Und.